Hoch mit dem Schiss hier. Ah, hier braucht man die Linse. Boah, wie ich jetzt einfach nichts mehr im Winter hab. Das ist nicht der richtige Ort. Ja, um Gott sei Dank, irgendwo muss es ja hier dran. So, und nun gucken. Viele Teile fehlen. Ach du meine Nase. Okay, dann fehlen eben noch ein paar Sachen. Den Saturn. Oh, geil. Wisst ihr, was ich richtig scheiße finde? Schlüssel für vorher geschlossen. Den meinte ich jetzt nicht. Der Pluto ist ja jetzt seines Amtes, sag ich mal, enthoben worden. Der ist ja kein, oder der ist, was heißt jetzt, ist natürlich schon eine Weile her, aber der ist ja jetzt ein Stern, beziehungsweise kein Planet mehr. Also das finde ich so dämlich. Für mich ist und bleibt das ein Planet, ob der jetzt einer ist oder nicht. Der arme Pluto, mein Lieblingsding. Der ist so süß und klein. Der ist ja gut. Du meine Güte, ey. Ja gut, aber irgendwo muss hier ja noch was sein. Irgendeinen Planeten brauche ich ja noch, sonst komme ich unten nicht ran. Vielleicht habe ich wieder eine dunkle Ecke hier nicht. Oder vielleicht soll ich was materialisieren. Was gibt es denn hier noch Schönes? Obwohl, ich habe ja den Mars schon materialisiert. Mist, ich habe gerade noch, habe ich noch nach dunklen Orten gelotzt. Gestallauge, wunderbar. Wir können den Wolf erleuchten, auf das er es mit uns tut. Na ja. Haben wir gut aufgeräumt. I don't believe it must have been for the domestics. I dare say they undertook huge efforts to erase any traces of this horrible murder. Can you smell that? It's the grey tea that he was so fond of. Lass uns nicht unsere Emotionen überwinden, meine Freunde. Wir müssen mit unseren Anfassungen fortsetzen. Was? Zwei und sieben soll ich hier finden? Zwei? Eine Sonne? Nein! Das sah gerade aus wie ein Smiley. Ein Auge. Hat jemand hier ein Auge verloren oder wie? Ein Telefon. Ein Fernglas? Ein fernes Glas? Hier unten. Ein Skorpion. Das ist eigentlich eine Spinne. Brauchen wir eine Maske? Tatsache. Impossible. Ich habe mal was gefunden, was ich auch brauchte. Ich bin echt begeistert. Ich wollte sagen, keine Ahnung was das ist, aber es sieht aus, der Tresor, als wenn es gebraucht würde. Ein Engel brauche ich nicht. Ein Okular. Ach du Scheiße. Wurde sagen und haben wir. Eine Windrose? Äh, Wind. Ja doch, eine Windrose. Ähm, Skorpion. Shit. Ein Auge und eine Sieben. Die Sieben ist hier. Lampe. Eine Feder, 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 Feder. Hier hinten. Ein Handabdruck. Hier ist das Auge. Ein Handabdruck. Wo ist denn hier ein Handabdruck? Das wird ja wohl Gott sagen, kaum einer sein. Das ist zwar eine Hand, aber nicht von einem Menschen. Also eher eine Tatze, eine Kralle, was auch immer. Skorpion. Ihr meint doch bestimmt das scheiß Sternbild, oder nicht? Hier ist ein Handabdruck. Eine Zeitung. Äh. Ja, hier liegt einiges an Papier, ne? Ah ja. Und Skorpion. Ähm, das ist der kleine Wagen. Oder der große. Keine Ahnung. Obwohl, ich glaube, der kleine müsste ja alles aufwurscht. Und ein Skorpion, ein Skorpion. Skorpion, Skorpion. Hier ein Dreizack, wie geil. Ähm. Ich hasse es, wie ich immer das letzte nicht finde. So aus dem kurzen. Also sag mal, ey. Das soll ein Skorpion sein. Ja, jetzt ist der Kenny Sau. Habe ich aber nicht erkannt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hm. Wollen wir gerade sagen, doch bestimmt ein bisschen mehr, ne? Natürlich. Schon klar. Das kratzen wir natürlich da ab. Ist schon recht soweit. Ah, was haben wir hier noch Schönes? Ja, das ist klar. Hier muss das Ding in. Hallo? Wo ist es denn? Hm. Ach, das ist ja kaputt. Moment. Also, das heißt, hier fehlt noch was. Stimmt, kann man... Ne, man kann nicht nach oben. Aber wir haben einen dunklen Ort. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Wappenstück. Schön. Oh Gott, tut mir das leid. Ich hab echt Halsschmerzen. Sorry, dass ich jetzt als trinke. Ähm. Was, was, was? Was zeigt denn... Ah, Moment. Vielleicht materialisieren. Cool. Cool. Immer noch was. Meine Güte, haben wir hier ein Wappenstück. Gott, hab ich hier liegen lassen. Mein Gott. Danke. Lieber Himmel. So. Hier war das nämlich so. Das muss da rein. Ich ahne ja, was kommt. Moment. So, jetzt gib mir mal das hier. So, was hast du denn da Schönes drin? Äh. Ein Wimmelbild. Yeah. Das haben wir da drin. Jippie. So. Sternzeichen Schütze. Das wird das da sein. Haben wir einen Löwen? Ja, haben wir. Aua. Einen Handabdruck sehe ich auch schon. Waage. Das ist doch eine Waage. Hallo. Ich hab doch eine... Ähm. Lupe, Zahnrad, Teleskop. Teleskop. What the hell? Hä? Gott sei Dank. Don't know. Das ist jetzt eine Brille. Äh. Äh. Ja. Schön. Also teilweise. Ein Fernglas ist doch das, oder nicht? Gut. Dann nehmen wir halt das da. Gut. Was ist denn dann das, bitte? Ach. Egal. Ein Elefant. Hatte ich den nicht gerade? Ich hab ihn doch gerade schon gesehen. Irgendwo, oder nicht? Wo war der? Den hatte ich doch eben schon. Oder? Egal. Guck mal was anderes. Vogel, Elefant, Puppe, Kette. Ja, Kette ist auch immer so ein... Das ist keine Lupe scheinbar. Oh Gott, oh Gott. Das wird ja wieder witzig. Moment. Hä? Altpapier. Total. Das ist Altpapier. Super. Wir sollen hier Krumpel suchen. Ha. Zahnradlupelefant, Kette, Vogel. Ah. Elefant. Kette? Nein. Mist. Zahnrad. Meteoritenstück, du lieber Gott. Das da vielleicht. Ja. Kette, eine Puppe. Eine Puppe? Nein, im Ernst? Eine Puppe? Hä? Eine Puppe. Wo ist hier eine Puppe? Oh mein Gott. Im Ernst? Wo ist denn hier eine Puppe? Das gibt's doch nicht. Da. Die ist aber gut. Ich wollte sagen, ich hab da nur so einen komischen Anzug gesehen. Ich wollte sagen, was soll denn das bitte sein? Ich wollte sagen, momentan... Ach, das ist ein Teleskopsucher. Haha. Hier haben wir die Lupe. Vogel und Kette. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vogel und Kette. Wo soll denn das bitte sein? Vogel sehe ich. Aber die Kette, wo soll die sein? Das ist ein Band, das ist keine Kette. Aber ich klicke es trotzdem an für alle Fälle. Eine Kette, eine Kette, eine Kette, eine Kette. Ich frage jetzt immer, was für eine Kette. So eine dicken Eisenkette? Oder einfach wirklich so eine ganz schöne Kette. Aber ich sehe hier weder das eine noch das andere, muss ich sagen. Ich hasse es, wie ich nie die letzten Sachen finde. Gott nervt mich das ab. Immer eine Sache hießen. Messer. Was ich spaßeshalber mal anklicke. Alter, zeig es mir einfach. Leck mich. Kette. Das soll eine Kette sein. Wow. Ich komme mir manchmal auch so ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen. Das soll eine Kette sein. Na ja, gut. Hier, friss, wo immer du auch hingehörst. Auch nicht. Da. Und du, keine Ahnung. Auch nicht. Da. Kann ich jetzt gucken? Immer noch nicht. Hm. Okay, gut. Das hier sollte vielleicht auch noch rein. Joa. Und jetzt? Joa. Handlung erforderlich 2. Ich wollte es gerade sagen. Sternbild Wolf. Oh Gott. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wirklich das. Oh doch, es ist das. Hundegestalt. Okay. Whatever. Ah, das soll hier rein. Ah, okay. Und wir haben einen... Oh Gott sei Dank. Endlich. Ich habe die Fresse so voll hier. Fehlt hier denn noch irgendwas? Nope. Im Moment nicht. Gott, endlich. Diese Scheiße. Ich will da endlich rein, Mann. Ach so. Verstehe. Oh nein. Nein. Äh. Okay. Geht ja, denke ich noch. Die Frage ist, wo fängt es an und wo hat es auf, ne? Haha. Dann kann ich das nicht austauschen. Hallo? Okay. Nur mal so zum Gucken. Ein offensichtliches Ende gibt es ja scheinbar nicht, ne? Also die scheinen ja auch hier zur Hälfte irgendwo... Also es gibt ja keine Ränder. Ach herrje. Gib mir trotzdem mal eine Hilfe. Verstehen, dass ein vollständiges Bild entsteht. Haha. Danke für den Tipp. Toll. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Gehört das dazu? Ja, ne? Hallo? Tänkst du es mal austauschen? Ach, das ist das Grundstück. Ah, also das Erste. Okay, gut. Danach müssen wir uns richten. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Kann man die eigentlich drehen, sag mal? Okay, jetzt brauche ich etwas Längliches. Insekten, ich mag sie nicht. Nicht mal so ein bisschen. Ne, das ist das Falsche. Das da. Ist das ekelhaft. Ne, das da. Also ich denke, ich hoffe, dass das richtig ist. Was soll denn da sonst hin? Wohl, das da. Das da so. Das ist aber irgendwie das einzige Vieh, was in diese Richtung klotzt, oder? Alle anderen gucken als nach rechts. Ich hoffe, dass das so stimmt. Also das hier stimmt nicht im Moment. Sieht auch nicht wirklich richtig aus. Das ist ein Hirschkäfer. Oder ein Herkuleskäfer, je nachdem, wie man das jetzt... Das muss ja so, oder? Ne, das muss nicht so sein. Das ist auch nicht richtig... Hm. Das ist irgendwie so, so ein Vieh hier, so eins. Äh! Ja, das ist das, das ist das. Aber das da ist nicht dasselbe wie das hier, ne? Ich brauche hier eigentlich sowas. Kann ich die nicht drehen irgendwie? Das ist doch bescheuert. Das ist echt sehr, sehr, sehr seltsam. Und das ist auch blödsinnig. Ich meine...